ja die jahre leute mal herzlichen mit seiner weiteren mission wir machen heute unser reing ab auf stufe 6 mit unserem offenen ich würde sagen wir versuchen uns gleich mal ich gehöre wieder rein mit volt 30 kakata 30 dex series 30 m fürs 30 steht 30 und die gewährverwässerung mal gucken was wird damit reißen wer kreis ok wir müssen ziele abschießen das ist richtige ziel ok runde eins abgeschlossen ich habe das prinzip schon mal verstanden bürgerweise weiß ich nicht wie viele dinger das noch werden die zeit sagt nach 30 sekunden aber wir haben runde zwei auch abgeschlossen ok da muss man sich schon echt konzentrieren muss ich sagen dass man da halt dran bleibt an dem ding aber ich glaube ich schaffe es auf dem ersten mal hoffe ich zumindest wenn wir das jetzt noch scheitern hätte ich keinen bock drauf und dann geht das noch ok leute scheinbar ja war das gar nicht mehr so schwer ich habe ein schwierigeres erwartet wir hatten eigentlich noch ziemlich viel zeit und muss sich zwar konzentrieren aber man hat scheinbar auch noch einiges mehr zeit wie ich jetzt gebraucht habe damit leute sind wir jetzt offiziellen sechs geworden goldene novize und damit leute würde ich sagen sehen wir uns das nächste mal servus und ciao